Das Lenovo Executive Briefing Center ist eine Veranstaltungslokation der Lenovo, in denen wir unsere Kunden und Partner einladen, um über unsere Produkte und die Produkte unserer Partner und um gemeinsame Lösungen zu diskutieren. Im EBC können wir Veranstaltungen von 1 bis 50 Personen durchführen und können somit das Gesamtpotenzial aller möglichen Veranstaltungen mit unseren Partnern gemeinsam abdenken. Das Executive Briefing Center ist für Kunden und Partner kostenfrei anzumieten. Das heißt, wir organisieren für die Kunden und Partner veranstaltungen gemeinsame Meetings mit Kunden. Das kann von zwei Personen bis hin zu 50 Personen alle Varianten sein. Darüber hinaus bieten wir dem Kunden und den Partnern die Möglichkeit, hier eigene Schulungen durchzuführen oder Workshops, wo wir remote auf unser Rechenzentrum darauf zugreifen. Das Lenovo Innovation Center, wie wir unser Rechenzentrum nennen, ist ein 40-REC großes Rechenzentrum, in dem 700 Server, 90 Storage-Einheiten, hier sowohl physisch als auch software-defined, aber auch 150 Netzwerkeinheiten, die diese Systeme physisch miteinander verbinden. Alle diese Systeme sind mit ungefähr zehn Kilometer Kabel miteinander verbunden. Das Rechenzentrum ist wirklich ausschließlich für unsere Kunden und Partner aufgesetzt. Das heißt, wir geben den Kunden und Partnern Remote Access auf die Systeme. Sie haben direkten Zugang für einen Zeitraum zwei bis vier, sechs, acht Wochen, wie lange es wirklich benötigt wird. Wir sind hier sehr flexibel. Sie bekommen über einen VPN-Zugang den Remote Access. und haben dann direkten Zugang auf die physische Hardware und können ihre Tests durchführen.